Zum Glück hat meine das Recht, zu wählen das ist wirklich perfekt, weil in anderen Ländern gibt's nicht, Leute werden falsch vom König, hier haben die Leute die Macht, die entscheiden, wir haben gehört die Stadt, ich bin dankbar für dieses Gesetz, ich hoffe es wird vom Volk geschätzt. Über 20 Jahre sitzt er in der Todeszelle und er fühlt dieser Todesstille, Gott sei Dank wurde diese Strafe hier abgeschafft, deswegen wurde der Artikel 102 gemacht. Egal welche Menschen ihr müsst akzeptieren, schwarz oder weiß, wir sind alle gleich, ich musste gern arbeiten gehen, ihr wolltet es nicht verstehen, doch ich werde meinen Weg gehen. 1949 entstand, 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen, fast 150 Artikel für ein vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. 1949 entstand, 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen, fast 150 Artikel für ein vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. Ich vermisse den Zusammenhalt, doch zu viele sind eiskalt, was ist los in dieser Welt, es wird ausgebeutet für das Geld, die Würde unantastbar und alle sind gleich, so steht es im Artikel des Grundgesetzes 1. Alle Menschen sind gleich, egal ob arm oder reich, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, darauf versucht der Staat aufzubauen, keine Vor- und Nachteile für alle in diesem Land, so wurde es im Grundgesetz benannt. Artikel 6, Schutzkinder vor Eltern, die vorsagen, die Stadt wird sie verklagen, Kinder werden geschützt und untergebracht, wenn es nötig ist, auch in der Nacht, auch in der Nacht. In einem Staat muss es Regeln geben, für alle Menschen, die hier leben, es sind die Grundgesetze, die es regeln, Menschenmöde und Demokratie. 1949, Entschlag 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen, fast 150 Artikel für ein vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. 1949, Entschlag 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen, fast 150 Artikel für ein vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. Einigkeit und Recht und Freiheit, alles für unsere Sicherheit, zum Glück sind wir nicht von den Grundrechten befreit. Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit, alles sag ich dir, von Artikel 1 bis 4. Immer dann, wenn es keinen Ausweg gibt, es ist das Grundgesetz, welches die Richtung vorgibt. Wir leben danach Tag für Tag und jedes Jahr, die Einheitung der Gesetz ist doch klar. Und das gilt auch für meinen Datenverkehr, ihr spielt damit ohne Gewehr. Christen, Muslime und auch Juden, gehören zusammen wie die Worterklärung im Duden. Viele Religionen leben hier Hand in Hand, vor dem Grundgesetz sind sie alle anerkannt. Es ist das Streben nach Richtigkeit, in jedem einzelnen Artikel vereint. Die Polizei fährt wieder langsam ran und gucken, was hab ich an. Sie beurteilen mich nach meinem Aussehen, sie finden nix und können nach fünf Minuten wieder gehen. Sie haben ihre Zeit verschwendet, haben oft ihren Schlagstock grundlos verwendet, obwohl Artikel 104 in diesem Land was anderes repräsentiert. 1949 entstand, 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen. Fast 150 Artikel vereint, vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. 1949 entstand, 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen. Fast 150 Artikel vereint, vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar. 1949 entstand, 70 Jahre vergangen, das Grundgesetz hält unser Leben hier in Deutschland zusammen. Fast 150 Artikel vereint, vereintes Europa, demokratisch zu leben, ist doch so klar.